Ja, aber... Nein, nein, nein. Wer würde eher bei einer Reality-TV-Show mitmachen? Ja, eh klar. Wer würde eher eine Woche nicht in den Spiegel schauen? Boah, das sind... Was redest du? Wer gibt mehr für Klamotten aus? Brau. Wer würde sich eher beide Augenbrauen abbasieren? Für Diktok. Wer ist der bessere Elfmeterschütze? Oh, danke. Wer wird diese Saison die meisten Tore schießen? Ja, mal... Soll ich's wissen? Ich wollte auch eher sagen, aber... Ich wünsch's... Wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Hm? Ja, aber ich hab gedacht, weil die egal ist. Wie ist egal? Wer würde eher beim Torjubel das Trikot ausziehen und die Gelder Karte in Kauf nehmen? Du weißt schon. Wer würde eher für immer auf Fastfood verzichten? Wir kennen uns schon, das ist... Wer ist der bessere Koch? Pfff... 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 Was? Übertreib mich das? Ich bin der Einzige, der kocht das. Ja. Egal, mir tut es super. Na, Toast ist eh gut. Wer kommt besser bei den Frauen an? Ja. Freund schicken. Hat sich ausgemacht, dass man immer... Der macht alles. Wir sind halt verschiedene Typen von Menschen. Ruhig. Ich bin verrückt. Wer würde eher freistehend vom Tor vergeben? Wer würde eher freistehend vom Tor vergeben? Ja, aber das... Da müsste es rohen. Wer ist öfters bei den Physios? Ja. Die Intaktprobleme. Na, na. Ja, im Kopf. Wer würde eher Veganer werden? Ne. 100%. Ich esse auch schon ein paar Sachen vegan. Wer würde sich eher nachts allein im Wald fürchten? Öff... Pfff... Pfff... Der steckt mich immer. Wer würde eher über den besten Freund lästern? Pfff... Muss eine Antwort geben? Eigentlich keiner. Muss man eine Antwort geben? Muss man eine Antwort geben? Kann man nicht x machen oder so? Machen wir x. Nein, so was macht man einfach nicht. Wer würde eher eine Zombie-Autokalypse überlegen? Ja, ich spiele auf der Playstation schon. Also so spiele... Ich weiß schon, wie es geht. Nein, ich würde mich eher anscheißen. Wer wäre der bessere Stripper? 100%. Zeigt schon in der Kabine, was er kann? Nein. Das ist einfach. Wer ist der bessere Tänzer? Ja, das sind... die Hüften. Wer würde eher ein Kind schubsen? 100% Alles ist 100% Die Fragen gehen nur an dich. Wer würde eher bei einem Film weinen? Sehr emotional. Ich kann nichts dafür. Manchmal muss man weinen. Wer würde eher tagelang Fortnite spielen? Das spiele ich eher als er. Deswegen... Wer würde eher den ganzen Tag nackt durch die Wohnung laufen? Halt ganz nackt oder... Der ist verrückt wirklich. Das ist... Das sind seine Fragen. Das ist... Das ist jetzt falsch. Verrückt. Jeder ist ein bisschen verrückt. Manche mehr, manche weniger. Wer ist der aggressivere Spieler? Ich glaube. Ich habe dich sogar heute gefreut. Stimmt. Stimmt, stimmt. Trotzdem... Jeder ist ein bisschen verrückt. Wer würde eher ein Buch schreiben? Ja, es ist... Ich habe viele Sachen zu erzählen. Deswegen wäre es einfacher für mich. Da gibt es mehrere Bücher schon. Es passieren viele Sachen im Leben bei mir. Wer würde eher auf einen anderen Kontinent ziehen? Gibt es irgendwas, was man nicht macht? Wer würde eher auf einen anderen Kontinent ziehen? Wer würde eher auf einen anderen Kontinent ziehen? Wir wohnen nicht umsonst zusammen. Wir lieben uns. Halt. Lieben. Wir schlafen schon im getrennten Bett. Wer wäre der bessere Geheimagent? Also ich würde jeden zerlegen. Wer würde eher in Unterwäsche über die Straße laufen? Ja, eh klar. Die Fragen, die braucht man gar nicht. Da können wir gleich drücken. Wer würde eher pupsen und auf den Hund schieben? Wir sind ja fertig. Wirklich? Ja, da ging es schnell. Du bist echt verrückt, man.